Nein, 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 nein! Was alles soll ich von diesen Judenschweinen noch ertragen? Ich schlachte meine Männer ab wie fliegen. Kennen Sie schon das neueste Gerücht, das hier in Ihrem angstgetriebenen Wahn verbreiten? Der, der meine Männer mit einem Prügeltog schlägt, der, den man Bärenjude nennt, soll ein Golem sein. Das ist doch Soldatentratsch. Kein Mensch glaubt wirklich, dass der Bärenjude ein Golem ist. Und wenn doch, die schlüpfen uns doch ständig durch die Finger wie Gespenster.